Plus 50, äh, holerschaft, plus 50% schnelleres Wurfnachladen, ein leichter, geschmeidiger Sulholster, perfekt ausbalanciert für optimales Wurfverhalten. Machen wir das. To fix a brushers pike, you just need a good length and knifeball. Jagdgriff, plus 50% kritischen Trefferschaden, ein angerauter Griff, der heftige und genauere Hiebe ermöglicht. Kampfgriff, Hiebgriffe, verursachen Rückstoß, ein genarbter Griff, ideal für ausholende Hiebe, ausholen, jetzt hab ich das nicht gehört, ausholende Hiebe und aggressives Handling. Don't want that thing leaving your hands until you decide, it's time. Schleicherbindungen, plus 20% schnellere Hiebangriffe, dauerhafte Bindungen, die die Konstruktion festigt und noch schnellere Zustoßraten ermöglicht. Urabindungen, Wurfangriffe können betäuben, aerodynamische Bindungen, die Feinde beim Kontakt festhält und dadurch Wurfangriffe wirkungsvoller macht. Äh, machen wir das. Okay, jetzt haben wir noch 700 Sechst und Gedöns. Ich würde sagen, kaufen wir noch den Rest von den Sachen. Nehmen wir was Scharfes. Weniges. Die günstigsten Sachen, ne? Hm, was übel ist noch. So. Damit können wir jetzt eh nichts mehr kaufen. Jetzt ist die Frage zum... Ja, eigentlich würde ich den schon sehen. Aber wahrscheinlich kommt er nur aus dem Boden raus. Und hier können wir wahrscheinlich wieder sowas machen bei der Pfeife. Ich geh mal zu ihm hier. Komm! Ah, jetzt kommt er mir hinterher! Wuss! Hey! Oh, ist das cool! Oh, warte, sag, okay. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wenn ich Fuß sage, dass er dann sitzen bleibt. Also was heißt sitzen bleibt, dass er dann da bleibt, wo er jetzt ist. Ähm, ich packe den mal hier zu dem Leichling. Gut, dann machen wir mal hier den Briefkasten. Na gut, dann halt kein Briefkasten. Ähm, ist hier noch? Ja, wir können hier eh nichts machen. Ich hab das ja nur mal so auf Vorrat gekauft. Okay, wir haben... Okay, wir haben... Ah, guck mal hier. Ähm, können jetzt hier wieder... Auf ein Übungsgelände. Das Dornsee-Lager, schätze ich mal. Die heimlich-tourischen Schleicher trainieren in diesem Ausbildungsgelände die hohe Kunst des Lanzenkampfs. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das Ding schmeiße. Dornsee, okay. Da hab ich ja fast richtig gelegen. Labyrinth. Nadelgedöns. Ja, das ist nichts zu tun. Aktiviere schnell alle sechs... Ach, du Scheiße. Na gut. Ah, so schmeiße ich. Ich muss mir das hier erstmal angucken. Bin ich größer geworden? Ich wollte gerade sagen, ich bin größer geworden, ne? Wie? Warum kann ich den nicht aktivieren? Oder... Achso, hab ich schon aktiviert. Okay. Okay. Ah, den auch noch? Oder ist das der Neustart? Ja, das ist der Neustart. Autos outside. So, wo ist der andere? Da unten irgendwo, ne? Da hinten. Das war der dritte Preis? Ernsthaft? Oh, ich weiß gar nicht. Unter 90 Sekunden. Ich muss mir das jetzt mal angucken, wie das hier aufgebaut ist. Okay, dann laufe ich hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay. Ich glaube, ich habe es mir gar nicht gemerkt, aber... Was haben wir denn hier? Was Spitzes. Okay, machen wir nochmal. Wir laufen auf jeden Fall rechts lang. Das betrunken wir eigentlich als erstes rechts lang, oder? Ne, können wir nicht. Und wir laufen auf jeden Fall rechts lang. Wir haben hier einen Weg auf jeden Fall geschaut. Das ist wirklich das, was du hierherst. Mit den Knöpfen ist hier ein bisschen doof. Das war gut. Bestimmt eine Minute. Bei der Preis. Ich schätze mal, dass es eine Minute ist. Der erste Preis. 160, ja. Ist aber machbar. Was Fieses hatten wir auch schon, aber ich möchte das gerne wieder auf 100% hier kriegen. Das ist schon eine ganz coole Aufgabe, also... Ist halt nur blöd, dass wir hier nicht rollen können. Oh, das war es sogar. Oh. Nein, das war falsch. Ah, ja. Das mit den Werfen ist, glaube ich, nicht so geil. Oh. Oh. Kann ich nur starten. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, den einen muss ich gar nicht töten. Oh. Oh. Okay, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ach, ja. Können wir das... Ne, können wir nicht neu starten. Den. Und den. So. Den. 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 Und die beiden. Also das hier ist schon ein bisschen aufwendiger. War das jetzt? Drei habe ich. Hier, wenn ich bin. Ja. Den einen muss ich ja finden. Wo fehlt mir denn noch einer? Egal, wir machen einfach einen Neustart. Also den ersten brauche ich nicht kaputt zu machen. Ach man, ich muss auf jeden Fall den einen da kaputt schmeißen zuerst. Ihn hier und ihn hier. Es ist halt blöd, dass wir ihn nicht rollen können. Ah, ich vergesse hier immer irgendwie rüber zu gehen. Ah, da kann man langen? Das ist gut zu wissen. Ich werde einfach alles rausschneiden, bis ich das jetzt hier hinkriege. Okay. 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 Okay.